Herzlich Willkommen und Servus zu einer neuen Episode der BVB Karriere. Letzte Folge haben wir angekündigt, dass wir euch den Champions League Gegner zeigen. Das machen wir sofort. Vorher schicken wir noch einen Scout los. Nick Priens hat erfolgreich in der Schweiz gescoutet und jetzt gibt es mal einen richtigen Klimawechsel. Es geht nach Amerika. Sechs Monate darf er da uns mal die neuesten Talente holen, die dann natürlich in die Fußstapfen von Reina, von Pulisic und weiteren treten können. Und jetzt seht ihr auch den Kracher, den es im 8. Finale gibt. Sporting. Ja, wir haben richtig Glück gehabt. Wir haben geschaut, wer waren die Gruppenzweiten. Da waren ordentlich die Kracher dabei, wie zum Beispiel Liverpool. Aber wir kriegen Sporting. Der einzig schlechtere Zweite war noch Klub Brügge. Ansonsten waren es echt alles europäische Topmannschaften. Deswegen ein richtig gutes Los für uns. Bevor wir dieses Losglück aber auskosten können, gehen wir jetzt erstmal wieder in der Bundesliga an den Start. Und da geht es gegen den VfB. Die Karriere oben in der Infobox gibt es auch natürlich auf unserem Kanal. Wir haben einen Wechsel durchgezogen und zwar Johnny Burkhardt feiert hier sein Debüt vorne im Sturm. Wir wollen einfach mal testen, was der Mann so bringt. Stuttgart auch gerade 13. Also jetzt nicht der allerbeste Gegner im Moment. Und wir gewinnen auch, weil Haaland eingewechselt wurde und das Siegtor schießt, nachdem Reus und Charloff jeweils einmal getroffen hatten. Bayern 1, Dortmund 2 und guck mal rechts, was da steht. Wir spielen in der Allianz Arena gegen FC Bayern und gehen auch direkt rein. Bei uns ist nur ein Wechsel zur Stammelf und zwar Ikone kommt mal wieder rein. Wir brauchen einfach diesen offensiven Punch im Gegensatz zu Dahoud. Und ja, der Rest ist volle Power mit Kapitän Reus auf links. Der leider immer irgendwie wieder ein bisschen schlechter wird. Also ist jetzt schon auf eine 82 runter in letzter Zeit, aber bringt natürlich trotzdem noch seine Top-Leistungen hier. Und es geht direkt nochmal über... Bumm. Das weiß ich auch nicht. Und es gibt Elfmeter, hä? Stopp, 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 stopp. Was? Warum gibt es jetzt hier Elfmeter? Wir gucken einmal. Wir haben hier mal eine andere Perspektive. Can blockt den Ball von Coman, der einfach nur schießen wollte. Und ihr wollt mir erzählen, dass das ein Elfer ist. Games Rig. So ist das Ding. Henrik, ich habe es schon gesehen. Du musst das Ding halten. Ich muss das Ding halten. Okay, dann halte ich das Ding jetzt mal gegen Robert Lewandowski. Ich bin direkt dabei. Er läuft schon an und der Mann schießt nach rechts. Oh! Und bringt das Ding unter. Henrik war in der richtigen Ecke, aber da machst du nichts. Lewandowski ist halt auch ein richtig guter Elfmeterschützer. Er hat schon ganz lang außer dem gegen Jarstein nicht mehr einen Elfmeter verschossen. Also das war ein Geschenk vom Schiedsrichter, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir können uns da nicht jetzt die ganze Zeit drüber aufregen, sondern wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir offensiv unsere Power aufs Feld bekommen, nachdem Lewandowski hier schon mal das 1-0 gemacht hat. Und jetzt Bayern wieder über Leroy Sané. Mike Menjör kommt raus, aber kann das Ding nicht halten. 14. Minute, 2-0. Leroy Sané, oh oh. Das geht in die absolut falsche Richtung. Münchner Heimspiele gegen Dortmund in den letzten Jahren. An deinem Blick sieht man schon, was Dortmund-Fans davon halten. Und wir wollen natürlich nicht, dass uns das auch passiert. Ne, wir müssen uns jetzt mal richtig hier am Riemen reißen. Vielleicht mal mit Haaland aus der Distanz, aber das ist relativ ungefährlich. Jetzt vielleicht mal eine schnelle Umschaltsituation. Raus geht's auf Pulisic, der jetzt gegen De Vrij von Inter gekommen im Laufduell. Pulisic haut den drüber. Es schmerzt so sehr, wenn Sané einfach über die rechte Seite kommt, weil weder Reus noch Rafa Gero kommen eigentlich gut hinterher. Durchs Abkürzen hat's jetzt funktioniert. Aber Gero mit dem nächsten furchtbaren Ballverlust. Dann geht's auf Komar, der hat ganz schnelle Füße. Genauso wie Davies super Doppelpass und 3-0. Wir fallen auseinander. Wir können hier gar nichts dagegen machen. Und Freunde, manchmal muss es eben so hart sein. 38 Minuten wir wechseln. Reus wird damit sicher nicht zufrieden sein, dass der Kapitän raus muss. Aber wir brauchen mehr Geschwindigkeit auf dem Flügel. Das machen wir mit Ikone. Der Hut kommt rein für mehr Stabilität im Mittelfeld. Kann auch ein bisschen mehr mit nach hinten arbeiten. Ja, man kann die Dinge nicht immer so laufen lassen, wie sie sind, wenn sie gerade richtig schief gehen. Und wir sehen hier direkt mal einen guten Angriff von uns. Wieder Pulisic. Ähnliche Position. Diesmal zum 3-1. Diesmal geht der Ball rein. Also noch vor der Halbzeit den Anschlusstreffer gemacht. Das ist ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Ja, und das ist auch wirklich dieses Mal. Also noch zu sehen vor der Halbzeit, dass der Ball auch im Bayern-Tor landen kann, tut richtig gut. Und jetzt kann man mit diesem Enthusiasmus vielleicht in der zweiten Halbzeit noch was reißen. Freunde, ich kann euch verraten, das war eine richtig hitzige Halbzeitansprache von uns beiden. Wir haben da rumgeschrien, haben die Männer zu sauer gemacht, aber die sind jetzt heiß. Wir haben hier nochmal ein bisschen Motivationsmusik gespielt. Und die Männer haben jetzt Bock, das Spiel noch zu drehen. Wir haben hier nichts mehr zu verlieren eigentlich. Eigentlich nicht. Wir haben alles, was wir verhauen haben, können wir jetzt reparieren vielleicht mit Pulisic. Aber der braucht schon wieder ein bisschen zu viel Power. Jetzt Guerreiro mal vorne mit dabei. Hat Ikone dabei, hat Harland dabei und es sieht doch richtig gut aus hier. Wir holen den Ball aus dem Netz. Harland hier mit seinem nächsten Treffer, richtig gut gemacht von Guerreiro. Da hat er sich einmal vorne mit eingeschaltet, ein guter Pass von Ikone da raus. Und dann setzt sich Harland ab von seinem Verteidiger, ich glaube Koulibaly war es, und setzt ihn dann auch ins lange Eck. Also einmal kurz vor der Hälfte und einmal kurz nach der Hälfte. Pulisic auf Harland. Harland mit dem 3 zu 3. Der Wahnsinn. Wir haben ausgeglichen noch in der 63. Also viel früher, als ich es gedacht hätte, als es hier 3 zu 0 stand. Ja, Bayern komplett von der Rolle. Ich weiß nicht, ob sie einen Tee getrunken haben in der Halbzeit. Aber wir sind heiß und machen hier direkt den Ausgleich. Pulisic hier wirklich im Duell mit Davies ein und andere Mal hier die rechte Seite einfach runtergepast. Also die gönnen sich da hier gar keinen Meter. Aber Harland nutzt halt jeden, der sich dann in der Mitte anbietet, durch die Läufe über Außen. Und der war auch ganz genau im Winkel. Ich sage auf jeden Fall schon mal so viel. Also wenn man das 18.30 Samstags geboten bekommt, da bist du als Fußballfan richtig glücklich. Komm, Delaney auf Pulisic. Kann er hier was machen? Abschluss Pulisic. Neuer Harland. Das war die Chance auf den Sieg, aber neuer... Oh, was macht der denn? Was macht Neuer? Harland! Harland Latte, nein! Was passiert hier? Oh mein Gott! Und jetzt nein, nicht über Gnabry gegen Guerreiro und Delaney. Frisch eingewechselt gerade für Sané. Also wirklich, Bayern hat so viel Klasse auf der Bank. Da ist kein Wunder, dass die gerade Erster sind. Jetzt der Ball auf Coman. Auf der anderen Seite fällt das Tor. 4-3 für den FC Bayern. Das ist ja der Wahnsinn. Dieser Coman macht uns in jeder Karriere fertig, ne? Immer, wenn man gegen Coman spielt. Das ist wirklich einer der schwierigsten Spieler von der CPU, den es zum Verteidigen gibt. Und wir haben uns so schön wieder dran gekämpft. Und da drüben gerade so eine gute Chance mit Pulisic gehabt. Dann den Nachschuss mit Harland, den er nicht richtig trifft. Dann Neuer, der uns den Ball schenkt. Harland völlig frei zum Schuss kommt. Latte trifft. Und dann sieht es hier so aus. Da kann Mignon dann auch leider nichts mehr machen. Auch wenn es das Torwarticke ist. Und so haben wir uns die Aufholjagd nicht belohnt. Haben hier verloren. In München 4-3. Das tut natürlich richtig weh. Und jetzt sind es auch schon wieder vier Punkte in der Tabelle. Ja, bei uns bleibt nichts anderes übrig. Montag wir schon weitermachen. Neuer Wettbewerb. Ja, wir dürfen hier nicht die Köpfe hängen lassen. Sporting ist auf dem Papier nicht das beste Team. Aber man muss aufpassen. Man muss richtig aufpassen. Wir haben eine relativ gute Elf ins Rennen geschickt jetzt. Und hoffen mal, dass wir hier eine gute Ausgangsposition schaffen. Und was ist das hier schon wieder für ein wildes Spiel? Wieder 3-3. So stand es auch gegen Bayern. Zum Glück haben wir hier das vierte Ding nicht kassiert. Und drei Auswärtshohe sind doch auch schon mal gar keine so schlechte Ausgangspositionen. Auch wenn uns der Sieg natürlich deutlich lieber gewesen wäre. Weiter in der Liga. Borussenduell immer Borussia-Park. Gladbach auswärts steht an. Wir haben vorne zweimal durchrotiert und einmal hinten. Also wir haben Burkhard und Pasta gebracht. Und dann Bundesliga-Debüt. Humphreys auf dem linken Flügel. Der hat sich leider nicht ausleihen lassen. Wir mussten einfach mal ein bisschen durchrotieren. Es sind gerade so viele wichtige Spiele. Wir hoffen einfach, dass es trotzdem funktioniert. 0-0. Es ist nicht das beste Ergebnis. Vor allem hätten wir da auch einfach einen Sieg rausholen können mit den Chancen. Aber so schlimm ist es unentschieden gar nicht. Weil Bayern verliert gegen Schalke 04. Danke dafür. Und richtig, wirklich danke dafür. Weil Schalke, keine Ahnung wie das passieren konnte. Bisschen erholt von den ganzen wilden Wochen. Aber es stehen schon wieder wilde Wochen an. Egal, jetzt sind alle fit. Also Full Power hier gegen Eintracht Frankfurt. Die sind nicht hundertprozentig fit. Haben aber trotzdem noch gar keine so schlechte Mannschaft. Aber mal wieder Brooks auf dem rechten Flügel. Sollte man also überlaufen können. Auch wenn Reus jetzt selber nicht mehr der Schnellste ist. Macht er aber 83. Minute Siegtor Marco Reus. Elfmeter verschossen Marco Reus. Und 2-1 Marco Reus. Und Haaland mit einer glattroten Karte nach dem Tor. Was hat er gemacht? Hat sich so gefreut, dass er einen Schiri eine Bombe gegeben hat. Also das kann ich mir wirklich gar nicht erklären. Ja, das muss aber ein Torjubel gewesen sein. Der hat zwei Trikots ausgezogen. Nee, aber er hat die Hose runtergezogen. Scouting Time. Es ist mal wieder ein monatliches Scouting-Update zurückgekommen. Vorm nächsten Spiel. Timo Horn natürlich. Nee, Tom Horn immer noch. Ist immer noch in Deutschland aktiv. Marvin Roth hat er hier gefunden. Nehmen wir mal mit. Emilio Haase hat er gefunden. Nehmen wir auch mal mit. Und er hat ein Scouting-Bridge jetzt in den USA. Wir sind mal gespannt. Wir haben ihn schon wieder rausgesucht. Und zwar Pierre Wolfe ist nun als Amerikaner mit deutschen Vorfahren. Der ist 16 Jahre alt und fast einen Millionen Mark fährt. Das sieht sehr gut aus. Dein Lieblingsverein steht auf dem Programm. Du hältst wieder den Mund. Willst du dir das nicht antun mit Moraybeck auf der 10? Wir haben ein bisschen durchrotiert. Miran Weiß unter anderem ist drin. Und wir holen dir ein ganz kleines Spiel zu nur. Das gefällt dir doch. Jetzt kannst du wieder sprechen, oder? Jetzt bin ich wieder dabei. Burkhardt wollte auch unbedingt schnell aus Augsburg raus. Hat sich deshalb noch in der 57. Minute gelb-rot geholt. Jetzt sind beide Stürmer mal dran gewesen mit der Sperre fürs nächste Spiel. Können sich dann auch gut abwechseln, finde ich. Als nächster Gegner in der Liga wartet Hertha BST Berlin. Der Big City Club. Ihr kennt den Einspieler jetzt schon mittlerweile auswendig. Da haben wir mal wieder volle Power reingeballert. Auch wenn unter der Woche dann Champions League ist. Da sind wir natürlich selber am Controller. Deswegen gehen wir hier mal in die Schnellsimulation. Gucken uns an, was das Ergebnis so sagt. Und wir hauen Full Power rein. Und holen dann 1 zu 3 raus. Und das einzige Tor macht Moray. Von dem Schock müssen wir uns jetzt erstmal erholen. Müssen uns schütteln. Direkt weitermachen unter der Woche. Wie gesagt Sporting Lissabon. Hinspiel. Nur nochmal zur Erinnerung. 3 zu 3 ging es aus. 5 zu 0. Man City gegen Mainland. Da habe ich gerade gesehen. Das ist natürlich ein wildes Ergebnis. Neapel hat keine Probleme mit Klub Brügge. Und so wollen wir das natürlich jetzt auch gestalten. Und dafür rotieren wir ein wenig durch. Ikone kommt für Reus auf den linken Flügel. Milan Weise kommt rein. Und Akanji kommt noch rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir selbst in die Partie. Wir stehen auf jeden Fall ein bisschen unter Zugzwang. Und 0 zu 0 würde uns theoretisch ja auch reichen. Aber ihr kennt uns und 0 zu 0. Das ist jetzt noch nicht so oft passiert in dem ganzen FIFA. Aber zuerst kommt jetzt Sporting mal. In der Mitte ist einer frei. Mignon ist da. Was passiert hier? Das ist der Wahnsinn. Santos nochmal über Dumbia. Der dreht sich hier zweimal. Aber dann passt Hummels auf. Ach du Scheiße. Das hätte ja erstmal wieder direkt in die Hose gehen können. Wir sind hier gerade nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Und jetzt vielleicht in Konter sogar rein. Über Bellingham. Weise. Bellingham. Haaland. Machen wir es besser. Ne. Haaland. Bellingham. Zweimal hier schön mit der Hacke. Aber da ist noch keine Lücke da. Jetzt vielleicht ein hoher Pass. Auf Pudelsic. Auf Haaland. Wie nimmt der denn denn mit? Aber der zweite Adrian hält den richtig gut. Wir sind im eigenen Stadion. Echt nur zum Kontern verdammt. Und selbst das klappt noch nicht so richtig gut. Jetzt vielleicht. Natürlich. Der Linksfuß. Jonathan Ikoneo. Halblinke Position. Ab ins lange Eck. Das ist wie der Arjen Roggen quasi. Hat er schon ein anderes Tor geschossen eigentlich? Glaub nicht. Kann mich nicht daran erinnern, dass der irgendwann mal irgendwas anderes gemacht hat als dieses Tor. Mehr oder weniger spitzer Winkel ist dann. Das ist die einzige Range die er da hat. Naja. Aber die klappt halt auch richtig gut. Weil da kann der Torhüter schon wieder nichts machen und der Ball schlägt den Netz ein. Ja. Und kann auch immer gut mit Haaland trainieren. Der macht das ja auch so gerne. Halbzeit in Dortmund. Wir können uns beruhigen. Wir führen 1 zu 0. Wir haben also jetzt erstmal zwei Tore Puffer bis wir ausscheiden. 1 zu 1 wäre ja auch noch unser Ergebnis. Deswegen gehen wir mal mit ein bisschen Ruhe in die zweite Halbzeit. Nach einem Freistoß von Sporting geht es jetzt erstmal in die Richtung Sporting Tor. Haaland treibt hier den Ball nach vorne. Spitzer Winkel. Haaland. Alter wo schießt der euch die Bälle hin? Ich weiß nicht. Dumbia. Der flankt ganz rüber auf Konkalfs und Konkalfs. Was ne Bude. Alter was ein Ding. Der können wir nichts machen. Da muss man auch mal fair sein und sagen. Alter was ne Bude. Richtig stark gemacht. Dass Dumbia überhaupt noch Fußball spielt ist mir auch erst dieses Spiel wieder aufgefallen. Ach das ist der Dumbia? Ich denk schon. Der war im Mittelfeld. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Aber das Tor ist halt. Komm das gucken wir uns auch nochmal aus der anderen Perspliebe an. Super Schusstechnik hier angenommen. Und dann einfach Wolle ins lange Eck mit dem Pfostenkuss. Wahnsinn. Und Akanji. Dem fehlt einfach ein bisschen noch jetzt die Spielzeit nachdem ihn Zagadu abgelöst hat. Und das war's jetzt mit der Ruhe. 2 zu 1 Sporting. 60. Minute. Die haben uns nochmal rund gespielt. Also klar. Der Fehler von Akanji ist einfach vogelwild. Aber danach machen sie es halt auch richtig gut. Der Lupfer super gesetzt ins lange Eck. Die Sportingfans verständlicherweise rasten komplett aus hier. Und ich glaube wir müssen uns gleich nochmal überlegen ob wir irgendwas wieder anders machen. Aber hier schon böse Obst genommen. Muss man ehrlich sagen. Da ist einfach rutschen gegangen. Ja und das mit dem anders machen sieht so aus. Weise drunter. Jonny Burkhardt kommt dafür rein. Ikone wieder auf der 10er Position. Und Burkhardt jetzt auf dem linken Flügel. Wir müssen den Mann ja auch selber mal austesten. Und dann muss er halt mal ins kalte Wasser geworfen werden. Ich meine er hat schon Erfahrung gesammelt bei Liverpool. Also der ist jetzt langsam diese große Bühne gewöhnt. Gero mit seinem neuen Partner über links. Schickt einfach Burkhardt mal in Lauf. Burkhardt hat Bellingham dabei. Der ist zwar nicht mehr der schnellste. Ist aber schnell genug da. Bellingham. Haaland bitte keine Abseits. Doch Abseits. Hier sehen wir gleich wie knapp das war. Er macht gerade noch die Tippschritte zurück. Und dann ist es wirklich sehr sehr knapp. Aufs lange Eck oder auf dem langen Pfosten. Und Mike Mignon kommt ganz weit raus. Hat den Ball aber auch. Und jetzt können wir vielleicht kontern über Ikone. Über Haaland. Haaland legt Zimbai es vor gegen Nuno Ment. Legt dann den Ball in die Mitte auf Ikone. Und Ikone. Da ist er jetzt. Hat die Chance. Andere Seite. Ikone. 2 zu 2. Er kann es doch anders. Ja. Knallert sich nochmal rein. Hey. Alles gut. Kannste ausrasten. So ein wichtiges Ding. Auch wenn es die andere Seite war. Ähnliches Muster. Einfach voll Spann. Linke Klebe ins lange Eck. Aber hey. Dafür ist der Mann da. Wichtiges Tor. Haaland auch mit einem super Laufweg über außen. Der Pass in die Mitte. Und dann war es auch wieder ganz genau oben im Winkel. Das sehen wir von hier nochmal perfekt. Direkt neben den Innenpfosten. Setzt der Ball da ein. Oh wow wow. 85. Minute. Barinov. Auf Goncalves. Goncalves. Das gibt es nicht. Schon wieder. Last Minute. Den Gegentreffer kassiert. Ja. Mal wieder die Mitte aufgemacht. Und Guerreiro dann halt. 1 gegen 2 ne. Ja und Digga. Dann trifft er ihn halt auch perfekt ne. Das ist das zweite Mal, dass er den Vollspann so wahnsinnig gut trifft. Wir müssen jetzt natürlich ordentlich was bringen. Wir haben jetzt noch Reina reingebracht. Haben auf 4-2-4 umgestellt. Also jetzt ist es volle Offensive hier. Ständiger Druck ist an. Aber Burkhard verliert direkt leider den Ball hier. Wird einfach nur vom Ball weggeschuckt quasi. Moray holt ihn sich aber wieder. Dann auf Haaland. Dann auf Ikone. 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 3-3. Let's go. Let's go. Dieser Mann ist so gut. 3er Pack Ikone. Stimmt's? Ja 3er Pack Ikone. Der ist der absolute Wahnsinn. Dieser Typ. Wir retten uns hier wahrscheinlich in die Verlängerung. Dann müssen wir natürlich mit unserer Lineup mal wieder ein bisschen basteln. Aber das kriegen wir dann auch noch hin. Aber das ist ja der absolute Wahnsinn. Wir kriegen hier so ein Losglück. Und dann stellen wir uns dann hier so an. Und dann 89. Minute. Der Pass auf Ikone. Und das 3-3. Was ein Spiel Jungs. 90. Minute ist angebrochen. Das dürfen wir natürlich keins kassieren. Weil dann sind wir wirklich verloren. Aber 3 Minuten Nachspielzeit gibt's sogar. Wir haben natürlich ständiger Druck und sowas rausgenommen. Haben ein bisschen die Spieler wieder zurückgezogen. Damit die hier nicht direkt ins offene Messer laufen. Müssen jetzt aber natürlich noch die Minute hier wegverteidigt bekommen. Ohne ein Gegentor. Weil wie gesagt. Sonst ist das unser Untergang. Hier Sporting. Jetzt ein letztes Mal vielleicht. Guerrero. Holt er sich den Ball. Guerrero schickt dir hier Johnny Burkhardt. Johnny. Johnny Burkhardt kann zum Held werden. Komm. Johnny Burkhardt. Let's go. Let's go. Das ist ja der Wahnsinn. Fünfte Minute der Nachspielzeit. Junge. Was geht denn hier ab? Was ist das denn? Was ein Ballgewinn von Guerrero und dann war Sporting halt aufgerückt und unser Neuzugang ausgeliehen von Liverpool. Ey. Der hat seine 12. 22. Der hat seine 12 Millionen grad einfach alleine reingeholt. Digga, ich würde jetzt nach dem Spiel direkt die Kaufoption ziehen. Seil ich dir so wie es ist. Ja, machen wir. Junge, 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 Junge. Was ein Ding, ey. Ja, der pfeift jetzt ab. Ne, der pfeift noch nicht ab. Stopp. Was? Hä? Hä? Digga. Bruder. Hallo. Sechste Minute Nachspielzeit. Jetzt ist es vorbei. Es hätte nicht im Ansatz so spannend sein müssen. Ne. Ist natürlich aber Wahnsinn. Und dieser Typ hier. Man of the Match Performance von Jonathan Iconet. Drei Tore. Aber natürlich der Held am Ende auch irgendwie Johnny Burkhardt. Jonathan und Jonathan waren es. Ja. Die Jonathan Brothers. Die Jonathan Brothers. Also, dass dieser Mann hier eine 10,0 verdient hat, ist absolut klar. Zwei Tore ohne Vorlage. Hat hier alles gegeben. Das Sporting nicht ausscheidet. Also, auf den sollte man auf jeden Fall mal ein Auge halten in der Zukunft. Vielleicht ja sogar in dieser Karriere. Wir überlegen uns das mal, ob das irgendwie irgendwo reinpasst. Aber auf jeden Fall wirklich wahnsinnig. Ich ziehe meinen Hut vor seiner Performance. Aber ich ziehe auch meinen Hut vor unserem Neuzugang. Jonathan Iconet. Im Sommer geholt und jetzt einfach seinen Marktwert an der Werbeeinnahmen durch die Champions League einfach wieder reingeholt. Weil der hat uns wirklich den Arsch gerettet. Der hat uns den Arsch gerettet. Zusammen mit Johnny Burkhardt hier. Wahnsinn. Ein Schuss aufs Tor. Ein Tor. Zwei Pässe in dem Spiel gespielt. Er hat nichts gemacht in dem Spiel. Außer er hat am Ende einmal aufs Tor gezogen. Und wie wichtig das war. Ja, Mann. Und Freunde, wir müssen es tun. Wir ziehen die Kaufoption von Johnny Burkhardt. 12,3 Millionen. Das bezahlen wir. Können dann direkt in die Verhandlungen mit ihm gehen. Und damit, Johnny Burkhardt. Herzlich willkommen bei Borussia Dortmund. Du bist jetzt offiziell Borussia Dortmund Spieler. Die anderen Spiele sind hier noch nicht fertig in der Champions League. Hier sehen wir noch vier Ergebnisse stehen aus. Deswegen wissen wir auch noch nicht unseren Gegner. Also gibt es das in der nächsten Episode. Diese Episode beenden wir mal mit der Bundesliga-Tabelle. Ja, da sieht es nicht so rosig aus. Sechs Punkte sind hier in Bayern. Das versuchen wir natürlich dann in der nächsten Episode unter anderem gegen Schalke dann ein bisschen zu verkleinern den Abstand. Aber lass erstmal ein Like da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Vor allem für dieses kranke Ikone und Jonathan... Ja, ich weiß es gar nicht. Dieses Jonathan-Ding. Lass gerne dafür ein Like da und abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Und Servus.